so weiter geht mit der qualifikation heute und los es ist Zeit für den Start des Qualifyings in den USA willkommen auf dem Circuit of the Americas in Austin ich habe mir die besten Szenen früherer Rennen angeschaut und was herausstach war immer der Abschnitt hin zu Kurve 1 sie ist nicht einfach zu fahren und logischerweise wollen natürlich alle zuerst da einbieten hier gibt es häufig Unfälle wenn Fahrer sich um Positionen streiten man muss sich zwischen Risikobereitschaft und Selbsterhaltung entscheiden es macht keinen Sinn auf volles Risiko zu gehen wenn man danach nicht mehr weiterfahren kann selbst auf dem Spitzenplatz macht man sich da noch Sorgen wegen der Fahrer hinter einem so mal wieder eine Polga schön so so Schauen wir mal was wir kriegen. 35 hat von unserem Teamkollegen. 507. Momentan die Bestzeit, mal gucken, ob wir es hinkriegen. Und zwar deutlich deutlich, dass ich 7. Ja, dann fahr, oh Kollege, das ist doch sein Kumpfer vorbei. Ich will momentan nicht auf die schnellste Runde. Ja, ich muss jetzt alle vorbeilassen. Mhm. Ja, ich muss jetzt alle vorbeilassen. Ja, ich muss jetzt alle vorbeilassen. So, hinter die beim Red Bull. Gucken, ob das wird. Ja, ist schon klar. So, ein bisschen runter. Uh, da muss er doch abbrechen. Ja, ich muss jetzt alle vorbeilassen. So. So. Die Bestzeit in diesem Jahr so far ist 133.7. We're 16th in the Speed Trap. 305.0 km per hour. So. So. Sind noch 9 Minuten, also so 3-4 Minuten. Brauchen wir noch, warten wir noch ab und dann gehen wir wieder auf die Strecke. So. 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 So, zwei Minuten noch. Da tut sich schon was. I never know. So, wir warten noch ein bisschen. Katzen. So, wir warten noch ein bisschen. Gut. Dann machen wir uns mal auf die Strecke. So, so. So, so. So, das magst du stellen. Wenn wir Fächer machen wir nämlich jetzt gerade die schon versaut. So, so. So, so. So, so. So, so. So, so. So, so. So, So, so. So, so. So, So, so. 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 Jetzt noch mal. Mit der letzten Kurve haben wir tatsächlich noch mal ein Tick mehr rausgeholt. Das Färber hätte mir jetzt auch müssen. Scheiße. Weil die ein bisschen Verkehr haben. Das war der erste, wo die Mercedes ist. Der zweite, der ist dran. Aber der erste nach vorne. Wenn wir ein bisschen Glück haben, reicht das mit ein bisschen Glück. Ich glaube, wir haben es. Ich glaube, wir haben es. Wir sind alle bereit für das morgige Rennen. Aber bevor es losgeht, werfen wir einen kurzen Blick auf die vorderen Plätze der Startaufstellung. Richter, Hamilton und Max Verstappen. Das Qualifying ist beendet. Jetzt können wir uns aufs Rennen freuen. Morgen sind wir live und ohne Unterbrechungen beim großen Preis dabei. Also auf gar keinen Fall vergessen einzuschalten. Da wäre vielleicht auch noch ein bisschen mehr drin gewesen in der Runde. Naja, egal. Ich halte es auf jeden Fall. Wir sind vorne. Ich halte es auf jeden Fall. Ich halte es auf jeden Fall. Ich halte es auf jeden Fall. Schauen wir mal nicht.